Ein Volkswagen Passat steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem schwarzen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 131.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2013. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Panoramadach, Navigationssystem und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 177 PS an ein Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,7 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017